Willkommen zu der YouTuber-Olympiade um Loot! Gegen meine Freunde Andri, Mirkan und Kalle, lasst gerne ein Like und ein Updow und wir gehen direkt rein mit der ersten Game! Das erste Spiel ist Bogenschießen. Wer am meisten die Zielscheibe trifft, hat gewonnen. Jungs, I am a right. Use your arrow to hit the target. Was denn? Du musst doch warten. Worauf? Okay, und wie oft müssen wir das machen? Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab auch getroffen. Ich hab auch gewonnen. Ich hab gewonnen. Oh! Waiting for the orders to finish. Okay, jeder muss schlagen. Next round. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Yeah. Einer, der verschießt, der verschießt. Ah, okay. Ich check's. Der andere sein Gesicht geschießt. Ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Oh, es wird immer kleiner, Jungs. Der, wo man verdrifft, ist eine Niete. Ihr müsst ehrlich zu euch selbst sein. Ich hab bis jetzt alle getroffen. Ich auch, alle. Let's go. Ich schieß auch immer alle vier Pfeile. Final round, Jungs. Getroffen. Einer hat durchgeschossen. Ich hab getroffen. Da gibt's noch in der Mitte. Wer hat durchgeschossen? Wer nennt man auch Robin Hood der Ware? Okay, wer hat gewonnen? Ja, irgendeiner hat so reingeschossen. Ich sag dir ehrlich, einer hat echt verkackt. Wer, wer, der muss jetzt ehrlich sein. Bei mir steht sie. Bei mir steht Niederlage. Okay, wir sehen's. Kalle hat am meisten Punkte. Hä, Milkan? Okay, Kalle. Du hast reingeschockt. Äh, Milkan, du hast reingeschockt. Kalle kriegt einen Punkt, meine Damen und Herren. Okay. Okay, seid ihr bereit für die nächste Stage? Das zweite Spiel ist Minigolf. Uh, Jungs. Meine Disziplin. Okay, Golf. Auf jeden Fall nicht. Gegenstände Putter, Iron, Hybrid, Driver, Wattage. Ja, ich sag nicht, was ich nehm. Ich sag auch nicht, was ich nehm. Ich hab schon genommen. Ich hab auch was genommen. Ah, wir kicken uns selber. Wie gut. Okay, Jungs. Oha. Achso. Okay, wir nehmen den hier. Und da hinten ist das Ziel, Freunde. Und die Jungs haben schon... Hä? Nein! Ich bin über die Meri. Komm mal rein. Nein! Okay, okay, okay. Oh, wir slideen. Okay, okay, das ist gut, das ist gut. Nein, wir sind... Ich bin raus, glaube ich, Jungs. Oder? Ich bin zu weit. Oh, Kalle auch raus. Okay, es ist ein Battle-Tisch. André und Mirkan und Mirkan. Ist irgendwo anders gelangt? Oh mein Gott, André. Ich bin schon unten. Ja, ja. Wild. Hä, wo bin ich? Wird André schaffen? Der Mirkan ist unten. Ich hab's getan. Oh mein Gott, André hat's. Kalle, warum startest du von Anfang? Ich weiß nicht, aber du warst wahrscheinlich drin und darum konntest du nicht mehr starten. Nein. André ist bei mir. Okay, Kalle. Bin ich jetzt im Ziel oder nicht so? Weiß nicht. Siehst du nicht die Flagge? Du musst da rein. Okay, du bist auch im Ziel. Wo ist Mirkan? Okay, dann war ich echt im Ziel, Jungs. Hä, das war ja auch nur mein Glück dann. Und Mirkan ist noch hinten. Mirkan, du musst es noch schaffen. The player hasn't finished. Boah, cleaner Shot, aber... Das war stark, Digga. Ich sag dir ehrlich. Ja. Yeah. Oh, wilder Schlag. Oh, wilder Schlag. Oh, hole in one fast. Mirkan. Geil. Tu es, Junge. Ja, Jungs. Ja, Jungs. Auf geht's. Nice. Okay, also ich war als erstes anscheinend fertig, obwohl ich nicht drin war. Links steht der Anteil der Schläge, glaube ich. Wir werden sehen, wir werden sehen, wer stimmt. Oh mein Gott, das wäre schön. Es ist vorbei. Niederlage. Wer hat gewonnen? Ich. André hat gewonnen, ich bin Zweiter. André hat gewonnen. Boah, Digga. 40 Schläge, Junge. Das ist wild. Ich habe 70 gebrochen. Mirkan, ich war letzter. André kriegt auch den nächsten Punkt, meine Damen und Herren. Somit steht es. Eins für André, eins für Kalle, null für Mirkan und null für Odoman, Freunde. Und wir gehen rein ins nächste Spiel. Das dritte Spiel ist Motorradrennen. Okay, Jungs, seid ihr bereit für BMX Racing? Let's go. Nochmal, nochmal, nochmal. Oh, na. Jungs, ihr wisst, ich bin der Schnellste und sowas bei diesem Spiel. André pisst nicht. Boah, er macht Tricks und weg. Giese Tricks, Junge. Du hast mich rausgeflutscht. Was? 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 Ich habe Eis, Jungs, noch von Putta. Mirkan Hack. Lüge. Ich mache 9 o'clock. Zack, Junge. Nein. Es ist ein enges Rennen, mein Daunter. Warte mal, warum muss ich andersrum fahren? Achso. Ich auch, Jungs. Ja, weil wir hier drehen. Habt ihr auch Eis an den Feeds? Ja. Nee. Okay. Ist das unfair irgendwie? Nein, ich will nicht letzter sein. Bitte. Erster! Nein! Letzter! Letzter! Okay, Freunde, das heißt, Mirkan kriegt den nächsten Punkt, meine Damen und Herren. Und somit... Hä? Mirkan hat minus 77 Punkte. Mirkan hat minus 77 Punkte. Mirkan hat minus 77 Punkte. Mirkan hat das drin. Heißt, jeder hat schon Disziplin gewonnen, außer Odoman. Ja! Äh... Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Das vierte Spiel ist Bowling. Okay, Jungs. Seid ihr ready? Keine Ahnung, wie wir es machen müssen. Schlägst du Mirkan? Hä? Wie gut! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Jungs! Ich bin bis jetzt der Beste, Jungs, mit vier! Ne, ich auch. Ey, gar keinen Sinn, Bro. Wieder wollte ich auch immer andere Seiten. Ja, bei mir gehen alle nach rechts irgendwie. Alle, bei mir gehen alle nach rechts. Next round, Jungs. Alles gut, alles gut. Zack. Okay. Okay, gar keinen getroffen. Wild. Neun. Muss man hauen oder gegenlaufen? Hauen. Ach, man muss hauen, Junge. Oh, wild, Jungs. Sevi, ich mach euch weg, Junge. Neun Stück. Werden elf! Junge! Ja. Junge! Komm! Oh, nee, komm, 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 wir müssen mehr haben. Okay, wir dürfen nicht ganz gerade ausschlagen, weil dann wird das nix. Okay, Freunde, 13, Kalle auch. Komm. Oh mein Gott, der Schlag war komplett... Meiner war wild. Oh, genau in die Mitte. Nein, prall doch ab! Du 51er! Ach, nee! André hat irgendwie 22 oder so. Hä? Bei mir geht keiner mehr weg. Wie? Bei dir geht keiner mehr weg? Bei mir geht auch keiner weg beim zweiten Mal. Doch, geht doch. Jo, wie viel? Ja, aber er ist aber auch genau so. Ist auch... Oh, ja, ja, ja. Guck mal, komm wieder, genau so. Und? Der beste Junge. Ich bin der beste Junge. Ich bin der beste Junge. Oh mein Gott, fast alle weg! Okay, stark. 27 Jungs. Okay. 27. 28. Wie viel hast du? Er hat 34, Junge. Ich stecke ihn ab. 40 habe ich. 40? Ja. Alles gut. Ey, wir schlagen immer falsch. Okay. Wir müssen immer so ein bisschen nach rechts schlagen. Dann geht der in die Mitte, zack, und haut nur zwei weg. Toll. Wild. Wie lange geht das? Ich weiß nicht. Zehn Schläge, Bro. Current Round. 36, komm! 37. Nein! 38, komm bitte! Ein Punkt! Final Round, Jungs! Komm bitte! Oh! 41! Okay, André hat sehr stark vorgelegt. André! Wie viel hat der? Mehr als... 63! Tamam, Bruder! Tamam, Tamam! Ich hab 60! Jawel! Stark! Aber hat nicht gereicht. André, wie viel hattest du? 65. Ja, das war Clara Sieg. Clara Sieg, meine Damen und Herren! Aber wer ist Clara? Äh, Clara? An dieser Stelle grüße ich Clara. Ich grüße Clara, wenn du das Video jetzt siehst, abonnier meinen Kanal, okay? Und lass ein Like da. Und lass ein Like da. Und... Okay, Freunde, aber es heißt noch nicht, dass wir hier verlieren werden. Denn es steht 2-1-1-0. Und wir spielen Fußball und wir sind im Gewinner-Team. So ein Ding ist das denn. Ach, nö, Digi. Junge, was für auch nö, Digga. Ich hab jahrelang Fußball gespielt. André, ich bleib vorne. Ich hinten. Du gehst rein, Digga. Dein Ball! Digga, ich bin Cristiano Ronaldo. Hast du gesehen? Digga, Suri! Tschüüüü seulement! Oh mein Gott! Tschüü! Oh mein Gott! Pass ab! Schön, André! Ja, ja, warte. Ich passt kurz ab mit dem Sinai! Hol da raus den Ding! Ich hab' raus den Ding geholt. Sehr schön. Bodermann zieht. Bodermann zieht. Ich fülle dich rein! Ey, bei mir war Baktis! Jahrelang Fußball gespielt. Warum blockst du mich? Oh mein Gott! Schiri, Schiri hallo! Ich hab' dir das gerade die Musik gehört. Ich hab aus Versehen den Motor angemacht. Ich hab aus Versehen den Motor angemacht, sagt er. Wir haben wählende Bände. Ecke für uns. Kalle, du bist so ein Fahrrad. Berührt doch, du hast einen Job. Er läuft am Ball vorbei. Lasst doch ein Abo da, falls ihr vier Trottel sehen wollt, wie sie ein Fußball spielen. André, spiel! Passt, Junge! Wählt! Christiano Nails! Ich dripple das Ding! Christianos Nails? Hau ihn rein! André, rein! Ich hol ihn raus! Ich hab ihn! Ich will ihn nicht sehen! Bitte! Wir können hier Solo-Action. Ich hab keine Booster mehr. Ich krieg's einstecken. Wir ziehen durch! Übersteiger! Ich hab wilden Trick gemacht. Ich zieh durch! Spiel bitte! Ecke für euch! Das ist unser Tor! Oh mein Gott, das ist geschockt! Oh mein Gott, das ist die Zweige! Ey! Okay! Also zieh durch! Spiel vor! Ich zieh! Spiel vor! Ich bin so auf dem Kreislauf welches Tor wir spielen müssen! Der Dicke muss immer ins Tor! Hab ich das gesehen, André mit Hacker-Show! Sü-sü-sü-sü! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Hä? Was ist der Ball? Handspiel! Foul! Jetzt! 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 Das ist es, Junge! Spiegel rein, Junge! Lass mich doch mal einen Punkt machen, Junge! Hab ich! Jetzt! Jetzt! Mach jetzt ernst! Ja! Jetzt! Odeman, Deins! Wieder Trick! Das war Verschwindung! Nein! Goal! Meine Damen und Herren! Das heißt, wir haben beide einen Punkt! Das heißt, oha! André geht mit drei rein, Odeman hat eins und der Rest auch eins! Alter André, der wilde Junge! Das letzte Spiel ist Chamba Kaka oder so! Keine Ahnung, das heißt, wir müssen uns mit dem Hammer von der Plattform wegkauen! Ich hab meinen Gleiter geöffnet aus dem Reflect, ich bin wirklich raus! Oh ne! André raus! Äh! André ist echt raus! Mir kam raus! Ich bin echt raus! Aber war das ein wildes Game! Ne! Och ne! Och ne! Och ne! Och ne! Wie viele Games hast du gewonnen insgesamt? Ich hab eins gewonnen und das nur durch deine Hilfe! Okay, Freunde! Mirkan geht rein mit zwei! Das heißt, André kriegt goldenen Loot! Mirkan bekommt epischen Loot! Kalle und ich bekommen grauen Loot! Und ich würd mal sagen, wir gehen in die Fight Map! Let's go! So, Jungs! Wir haben unsere Waffe und ich würd mal sagen, es geht los in 3, 2, 1! Battle! Letzte Battle! Was? Ihr habt schon verstanden, was ich meine! Jungs, bitte! Eine Taktik wird grad gemacht für jede Fight Map! Kalle kämmt in diesem Busch aus! Ich bin grad angekommen! Auf der Map, chill mal! André, chill mal! André, chill mal! Oh mein Gott! Der Tod ist broken! Er hat explosives Schuss gewährt! Er ist salven! Das ist voll salve! Er ist explosives Schuss! Seife! Seife! Ich musste sie aufheben gerade! Hä, was macht Mirkan da oben, Junge? Der kämmt auf Hausta, weil er keiner hochkommt! Aber was ich weiß, ist, ich geh auf Kalle! Stimmt, er hat sich einfach Grappler genommen oder so und keiner kommt da! Ja! Hä, Mirkan, du Esel! Hä, war ich bloß? Was für ich bin der Eklige! Er ist schlimm als ich! Aber wenn wir da nicht hingehen, kann er auch nicht runterschießen! Oh, er ist runtergekommen! Vorsicht! Bitte, ich hab noch ein Leben, Bruder! Was geht hier um mich? Ich geh doch auf André! André hat Godwaffen! Godwaffen! Ich mach jetzt einen Dings! Guck mal! Oh, du Mann! Oh, du Mann! Milkan war gerade so ein sterbendes Pokémon, Digga! Digga! Oh, du Mann! Ich lass dich, weil du hast nur ein Leben! Lass mich! Ich hab ein Leben, Milkan! Lass mich! Ich geh auf André! Ziii! Geh nicht auf mich! Ich hab das Krasseste! Oh! Junge, Bro! André, 1HP! André, 1HP! André, 1HP! André, 1! Milkan, 1HP! Digga! Ich hab echt 1, ne? Also genau 1, 1! Digga, sag mal! Was macht denn der Rest? Ich geh grad bei André rein, Digga! Und währenddessen stimmt Kalle an meinen Granaten! Ich hab André gekillt, während du mich deine Hintergründe anschießt! Ich hätte 1HP! Das war 0 Worth! Wie viel hast du noch, André? Sei ehrlich! Ich hab noch zwei Leben! Ja, zwei! Ist alles verdammt gegangen! Chill! Ich hab noch ein Leben! Ja, warum? Er sagt chill und schießt mich ab, Digga! Lachst du! Ja, piss dich mal, Digga! Guck jetzt, was du kriegst! Wer bist du, wer du denkst, Digga? Siehst Excalibur in dein Gesicht! Komm, schieß doch! Triff's nicht! Okay, jetzt Nosekop! Hallo! Merkan! Entschuldigen Sie! Können Sie das mal lassen, wenn ich grad gegen, äh, den, äh, bin gelingen kämpft da? Okay, Kalle schießt! Hier kann ich den nicht treffen! Hi! Okay! Okay! Ey, wir müssen echt mit gebündel, gebündel gegen André! Okay! Ja, ich hab nur noch ein Leben! Ey, diese P90 in Exotisch ist ja todesbroken! Wie viel Leben hast du noch, Merkan? Sie sind alle todesbroken! Alle! André, friss meine Granaten, Junge! Ich hab ein Leben, ich bin Lowlife! Okay! Auf André! Äh! Ah, Männer! Ich bin tot! Bitte! Oh mein Gott! Ich bin tot! Digga, André ist mächtig! Oh mein Gott! Merkan, wie viel Leben hast du noch? Eins! Du musst es tun! Oh mein Gott! Du hast ihn in der Luft mit Excalibur! Geh dich, Bro! Er geht gar keinen Sinn! Das geht gar nicht! Holy Shish, Bro! Bei mir ist André einfach unsichtbar, Bruder! Und warum ist da so ein Fernseher, Bro? Okay! Merkan, da oben? Digga! Excalibur, schreib deine Haare! Ja, ja! Wir werden sehen, meine Damen und Herren! Er geht mit C4! C4! Oh mein Gott! Ähm! André ist verboten! Nächste Aufnahme! André ist einfach! Bro, er ist gehackt, Bro! Guck mal, man sieht nicht, wo er ist! Aber in dem Flug, das verkrankt, Digga! Lasst ein Like und ein Outer für diese wunderschöne Aufnahme! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Checkt die Jungs unten in der Infobox ab! Ich hab euch lieb! Wir sehen uns morgen! Macht's gut! Und Peace! Ich hab euch lieb! Ich hab euch lieb! Ich hab euch lieb! Schlaganfall dabei! Wir kommen so! Ich hab euch lieb! Ich hab euch lieb! Es geht noch rein, Digga du Hund! Ich hab euch lieb!